Hey ho, mein Lieben, mein Gruppronne, herzlich willkommen zu einem kleinen Timolia.de Jumpworld Video. Danke für die 100 Abonnenten, 100 verdammt, 100 Mann. Wir suchen jetzt hier auch noch 100 Map, vielleicht auch noch 100 Abo Map, mal sehen was wir finden. Walfall 100 Abonnenten, 0,1k. Wir hatten vor einer Woche erst 50, danke an alle die abonnieren, liken, kommentieren, die irgendwie aktiv auf meinem Kanal tätig sind. Diese Map nehmen wir glaube ich 100 Abos und der unterbelichtet TV hatte bestimmt auch mal 100 Abos. Jetzt sind wir auch so ein mittelgroßer YouTuber ab 100, ey das war eins meiner Ziele Freunde. Danke auf alle Fälle an euch, die Map sieht speziell aus, aber wir spielen jetzt einmal durch, einfach weil sie 100 Abos als Titel hat und wir die jetzt geknackt haben, danke. Zusätzliches Danke nicht nur an alle die irgendwas auf meinem Kanal getan haben, die aktiv waren oder nicht. Sondern zwei Leute möchte ich in diesem Video besonders ansprechen. Schaffe ich da diesen Sprung? Na, schade. Auf alle Fälle zwei Leute, einmal No Name Gaming. Link kommt in die Videobeschreibung, schaut bei ihm vorbei, kommentiert, liked, abonniert ihn von mir aus auch. Ist ein nicer Typ, der hat nämlich auf seinem Kanal ein Video zu mir hochgeladen, oder nicht nur zu mir, aber dort hat er gesagt, abonniert Skillex. Und allein die Tatsache, dass er sagt, abonniert Skillex, dass er Werbung macht und das wahrscheinlich auch was gebracht hat, bin ich ihm so dankbar für. Ich mach das jetzt einfach zurück, abonniert ruhig No Name Gaming. Macht's ruhig, der ist ein nicer Typ, der ist fresh, der ist nett, der kommentiert auch aktiv, der ist einer meiner besten Communitymitglieder aktuell. Ähm, keine Sorge, ich finde alle gut, aber die Map bisher war eben scheiße, sag ich mal, ein Pixel, aber alle Communitymitglieder sind richtig gut drauf bei mir. Danke an ihn auf alle Fälle, schaut bei ihm vorbei. Der zweite Community-Teilnehmer, den ich besonders grüßen möchte, ist Minecraft Soccer TV. Auch Link in der Videobeschreibung, er ist auch richtig fresh. Ähm, der macht nämlich auch so Minecraft-Content und, ja, der hat eben auch mich weiterempfohlen und so auch für Abos gesorgt. Danke auch an ihn nochmal, durch ihn hab ich auch die 100 Abonnenten geknackt, also so eine Kombi aus den beiden und dem Rest der Community halt. Ähm, diese beiden könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, Videos schauen, ist mir egal. Danke an diese zwei Personen. Ähm, entschuldigt bitte meine Stimme, aber ich bin in letzter Zeit ein bisschen heiser oder so, aber Videos kommen trotzdem ein, zwei die Woche. Ich würde sagen, bleibt fresh, bis dahin, danke und tschüss.